Ah, cool, da wolltest du es ziehen. Okay. Du hast ja eine Axt. Ja, warte, da ist ein Rahmen. Hier liegt auch noch eine Axt. Oh, eine Blutbruch-Sona. Sie ist schön ans Feuerrand, die Idiotin. Ja. Zwei Lebensfallgeleck, Alter. Nein. Brauch mir die Kit. Einer ist schon hier unten drin. Da vorne. Dunkler Typ mit dem hellen Shirt. Alter, wie ist der da hingekommen? Hat einen Hit. Ja, schön. Wie bitte ist der da hingekommen? Da brennt es doch überall da vorne. Rechts durchrand. Der andere ist, glaube ich, hier. Bei der anderen Treppe. Mann, ich suche seine scheiß Waffen. Ne. Oh, nicht ein Hit. Ja. Der ist wieder hochgegangen. Der ist wieder hochgegangen. Lauf mal da hinten ein bisschen weiter rum. Ja, auf meiner Seite. Nicht da weiter hinten. Als ob du zum anderen Ausgang zur Treppe gehst. Hast du seinen Partner schon gelootet? Ne. Willst du ihn anfackeln? Ja, aber wenn du ihn noch nicht gelootet hast. Fackle an. Ne, loote den doch. Kriegst du auch wieder Geld wahrscheinlich. Ach, scheiß auf das Geld. Fackle an. Okay. Damit eigentlich auch ein Zugzwang kommt. Ja. Ja. Das ist die Forderung. Kommt immer näher zu mir. Es hat die Schreike schon runtergelaufen. Ja. Mhm. Der ist schon fast bei mir unten. Sehr gut. Dann guck ich gerade noch mal. Auch nur Schrott. Ne, keiner da mehr. Andern muss noch mitmachen. Mir egal. Willst du? Ja. Ja, na klar. Der Boss ist auch hier. Hm, ist auch schön. Aber hier waren glaube ich auch schon welche, weil das Medi-Kit liegt da rum. Ist aber weiß. Hm. Ich muss noch den Hinweis holen. Ja, ich hab schon mal Hammer gefunden. Ja, du Wichser. Hat er dir einen übergezogen. Hat mich abgeschossen mit seinem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, das kommt hier in der Weg. Ja. Und nochmal. Dann verarzt ich mich. Mal raus. Dass das ein Homo Förster finsteren ist. Wir sind hier vorne. Fuck, schon wieder. Ey, wird er mich verarschen? Komm da raus, Matze. Oh fuck, hier vorne. Bei Südwesten. Scheiße, ich blute wie eine Sau. Hey, warum? Ja klar, er kann durch das Scheiß Zeug hier durchschießen. Und bei mir bleibt die Kugel da dauernd hängen. Oh, den hab ich schon in den Headshot verpasst, auch. Sehr schön. Sein Partner ist auch da. Ja, das. Da hinten. Da, hinter dem Crew ist. Läuft jetzt rüber. Hat einen Hit. Sehr schön. Ist tot. Sehr schön. Da hat die ganze Wut. Ey, wie oft der uns mit diesen Pfeilen getroffen hat. Dieser Spast. Vor allem dann auch noch so unpassend, wenn die Gegner immer näher kommen. Wie du einfach die Tür zumassst, das bringt bei dir aber nichts. Ich will es. Ich will es. Ich will es. Wir kommen durchs. Nimm mal rein. Aber so hätte er erst mal die Tür zertrümmern müssen. Dann hätte er sich schon ausgepowert. stimulation. Sorry. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Diese Träckstieche Ey, das ist doch idiotisch, Alter, wir sind... Zurück gegangen Wir waren schon vorne an der Ecke Ja Ne, da fehlt mir jegliches... jegliches Verständnis Hast du Dynamit? Ja Kannst du einen Fettsack wegspielen Specki, um die schönste Jahreszeit Hier ist mein Geeksbox Oh, das war knapp Direkt unten Da kommt er Er ist aber idiotisch veranwacht Ja Ein dummes Kind Generell seit dem Update finde ich die Prunts Manchmal sind sie irgendwie cleverer geworden Aber manchmal auch richtig spinnende Ja, vor allen Dingen er schlägt die Tür ab Und dann kommt er nicht rein, Alter Ja, chillt er erst für ein Behind-Di Kirche? Ja Da waren gerade auch das Rahmen Ja, pass auf, die fliegen gleich wieder hoch, wenn wir 10 Meter weg sind Oh, hinter mir Ja Schuss Schalldämpfer oder so Hm Oh, hier Fuck Der hockte direkt einer Alter Da ist der nächste Kamera Da ist der nächste Kamera Ich habe einen Hit ab gekriegt Ich weiß nicht, wo der ist Links von uns Ich glaube da irgendwo Ne Da vorne Ja, ich habe ihn gerade gesehen Ich habe einen Hit Da bin ich gerade Das ist der erste Ein 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 Wie er noch das Beinchen gehoben hat. Ist der Dreckshühnerstall wieder belegt? Nein, den haben sie kaputt gemacht. Ah, sehr gut. Das kann man nicht reinschießen. Wenn du jetzt auf die andere Seite gehst, dann kann man gut reinschießen. Ah, Alter, jetzt ist die Dreckstüche jetzt. Hier ist noch ein Loopbox. Hast du was reingeschmissen? Ja. Pass auf, hier kann man reingucken. Oder rauskucken. Das war's für mich. Ich kann nicht mehr verrucksen, dort gehen. Ich kann nicht mehr zu viel, aber nicht mehr zu viel. Ich kann nicht mehr zufrieden, in der Nähe baut es nicht mehr zu dem manchen. Ich hab einen. Ja, interessiert vorne. Ich hab einen. Zauber. Puh, Alter. Was hat da schönes? Oh. Oh, Spezial-Armo, geil. Aber Gott, gönne ich mir. Gönnen sie sich. Ja. Ja. Oh ja. Das sind die andere Limmel. Der eine liegt hier. Und der andere liegt hier. Ja. Schön aufgereiht. Oh, die Scheiß-Ausgänge. Ja. Wollen wir den Tisch fahren? Mhm. Schön gerade hoch. Die anderen sind jetzt kurz vor der Seege. Wir werden doch nicht gleichzeitig dort eintreffen. Nee. Alter. Das ist so ein fucking Ausgang. Aber hier haben wir eine gute Position. Ich renne da jetzt nicht hin. Scheiße, warum bin ich da? Ich glaube. Alter, runtergeklatscht. Da vorne. Über die Quanten. Ja. Einen sehe ich schon da unten. Im Wasser. Einer ist hier vorne. Oh Mann. Mann, hoch hier. Ist. Hat einen Hit. Der ist da zwischen den Bäumen. Und sein Partner ist da oben drauf. Da. Auf dem Erdhügel. Hat einen Hit? Der auf dem Erdhügel. Hm. Sein Partner ist links neben dem Erdhügel. Der muss mich gerade verarzten. Hat einen Hit. Welcher hat der links? Ja. Neben dem Hügel. Der andere ist bei der weißen Hütte. Okay. Wir haben wahrscheinlich so viel jetzt gekriegt, dass er keine Medikits mehr haben. Wo ist du? Ja. Einer ist da. Der andere ist weiter rechts. Oh, ich muss mich wieder verarzten. Nein. Boah, Mist! Nein! 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 Ich häng da fest! Nein! Scheiße! Ich häng da fest, Alter. Ich hab sie sehen. Oh, war noch schöner Kampf am Ausgang. Aber trotzdem so ein Scheiß, Mann. Ja. Und dieser fucking Gepanz hat er aber nicht bekommen.